Hallo zusammen, ich bin Daniel, ich bin Sportfotograf und wohne auf der Insel Fehmarn und kümmere mich hauptsächlich um die Bereiche Wassersport. Heute möchte ich mit euch ein bisschen über das miese Geschäft der Selbstständigkeit als Fotograf sprechen. Ja, es ist immer schon mein Traum gewesen, selbstständig als Fotograf zu arbeiten und als Sportfotograf zu arbeiten. Ich bin seit 2016 selbstständig und da ist es auch dann schon das ein oder andere Mal in die Hose gegangen. Und ich möchte euch heute nicht Angst vor der Selbstständigkeit machen, sondern einfach nur ein bisschen aufmerksam darauf machen, dass es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern harte Arbeit und dass man auch mal mit manchen Sachen, mit denen man nicht rechnet, rechnen sollte. Also, starten wir gleich rein, auf geht's, viel Spaß bei dem Video. Okay, fangen wir an. Also, grundsätzlich ist es natürlich ein grandioser Beruf. Es macht unglaublich viel Spaß, da draußen rumzurennen mit seiner Kamera und sportliche Momente einfach festhalten zu können. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht vergesst, nicht nur Fotos zu machen. Es ist tatsächlich auch so, dass ihr eher euch daran erinnern müsst, ab und zu auch mal für euch zu fotografieren, damit diese Leidenschaft, die ihr vielleicht aktuell gerade habt, beibehaltet. Es ist einfach schwierig, ein Business daraus zu machen und ihr müsst Kunden gewinnen, ihr müsst Rechnungen schreiben, ihr müsst euch um Steuern kümmern, ihr müsst euch um das Finanzamt kümmern. All diese Dinge werden am Anfang auch von mir gerne mal unterdrückt und nach hinten aufgeschoben, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das nicht vergesst. Und der Grund, warum ich jetzt dieses Video mache, ist tatsächlich, ihr könnt so viel Akquise betreiben, wie ihr wollt und irgendwann klopft ein Kunde an die Tür und sagt, hey, wir brauchen Fotos und ihr denkt euch, geil, das ist es jetzt, das ist der Kunde, ich werde einen guten Job machen, ich werde geile Bilder produzieren und dann werde ich lange mit dem Kunden zusammenarbeiten und das ist ein großer Kunde und ihr malt euch schon raus, was das alles werden kann. Aber tatsächlich ist es meine Erfahrung jetzt, je größer die Kunden sind, je vorsichtiger seid ihr und passt ein bisschen auf, dass ihr dann nicht auf die Nase fallt. Ich wäre fast auf die Nase gefallen. Und zwar kann ich den Kunden natürlich nicht nennen, weil ich hier nicht irgendwas in den Dreck ziehen möchte und das Problem, oder fangen wir einfach ganz vorne an. Ich habe eine Anfrage bekommen von einem Kunden, es ging darum, Surfspots hier auf der Insel Fehmarn ins richtige Licht zu rücken und daraus sollte eventuell eine Serie erstellen, dass man einfach von mehreren Surfspots hier auf der Insel und auch weiterläufig zusammenarbeiten kann und dort Bilder produziert. Für mich natürlich super cool, weil ich kann hier zu Hause arbeiten, ich kann mit Leuten zusammenarbeiten, die ich kenne und die ich dann mit zum Surfspot nehmen kann. Ich kann den Surfspot und die Action an sich fotografieren, also eigentlich wirklich ein absoluter Traumjob. Und auch meiner Meinung nach eigentlich ein großer Kunde, wo man glaubt, okay, die sind zahlungswillig und die würden dich ja nicht aussuchen, wenn sie deine Bilder nicht mögen. Und ich habe ein Angebot geschrieben, ich habe extra nochmal nachgehakt, ob wir ein bisschen Budget für die Fahrer auch zur Verfügung bekommen, damit die auch einfach rechtlich abgesichert sind, falls da Leute auf dem Wasser sind, die natürlich keine Fotos auf irgendeiner Internetseite oder für irgendwas haben möchten, wo sie nicht drauf sein wollen. Ich habe Referenzmaterial aus Griechenland bekommen und das kann man natürlich nicht mit Fehmarn vergleichen, es ging da natürlich halt um Composings und Bildrausschnitt und sowas. Und ich habe dann das Shooting organisiert, das Shooting fotografiert, die Bilder an den Kunden gesendet und die erste Reaktion des Kunden war es, yo, alles klar, vielen, vielen Dank für die Bilder, tolle Bilder geworden und vielen Dank für die Zusammenarbeit, schick Rechnung zu, blablabla. Dann kam circa eineinhalb Wochen gar nichts, also weder Rechnung bezahlt noch sonst irgendwie irgendwas gehört und dann kam irgendwann ein WhatsApp, ja, wir sind doch nicht zufrieden mit den Bildern, die sind zu fernab der Referenzmaterialien, die wir zugeschickt haben. Gut, ist ja auch erstmal in Ordnung. Mein Tipp an der Stelle, wenn ihr da einen Kunden habt, der irgendwie zurückrudert oder nicht zufrieden ist mit dem, was ihr ja geliefert habt, springt nicht sofort drauf an. Fragt noch ein paar Mal nach. Was genau gefällt euch an den Bildern nicht? Wie genau meint ihr das? Es ist zu weit vom Bildmaterial entfernt. Der Vorteil, den ich jetzt hatte, die Referenzmaterialien waren mit türkisblauem Wasser, strahlend weißem Sandstrand und ich war am Surfspot in Gold. Wenn ihr schon mal auf jemanden wart, die Strände, sie sind steinig, sie sind algig, da ist außer am Südstrand, wo eine Million Menschen liegen, ist da nicht viel weißer Sand. Und auch das Wasser ist nicht türkisblau, auch wenn es bei schönem Sonnenschein auch mal sehr, sehr attraktiv aussehen kann. Aber das kann man einfach nicht mit Griechenland vergleichen. Das geht nicht. Und deswegen habe ich da nochmal nachgefragt, was genau meint ihr mit zu weit vom Material entfernt? Und da kamen wir nicht ganz zu einem Punkt, wo ich herausgefunden habe, was jetzt letztendlich stört. Und was mich auch sehr, sehr stutzig gemacht habe, war die Aussage, was können wir jetzt tun? Entweder drücken wir den Preis runter oder du machst nochmal ein Fotoshooting von einem weiteren Spot auf Filmen. Und da bin ich stutzig geworden, weil wenn doch meine Arbeiten nicht gut genug sind, warum soll ich dann noch mehr Arbeiten erstellen, die auch nicht gut sind? Also entweder ich mache neue Fotos oder sie kriegen die Verwendung nicht und war vielleicht ein Lehrshooting. So hatte ich das im Kopf. Und da habe ich dann tatsächlich meine Warnsignale so ein bisschen aufgelenkt und habe gesagt, okay, passt auf, ich habe natürlich nicht nur die Bilder gemacht, die ich euch geschickt habe. Ich habe dann noch etwas mehr Bilder. Dann gab es noch die zusätzliche Aussage, ja, die Sportler sind nicht so voll und ganz zu sehen. Klar, bei Actionbildern, die sind manchmal ein bisschen weiter weg oder von hinten beim Kiteaufpusten, was auch immer. Wir bezahlen kein Budget für die Sportler, was für mich keinen Sinn macht, weil sie brauchen die Unterschriften für die Datenschutzerklärung. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen das wie folgt. Ich schicke euch die zusätzlichen Bilder, die ich noch gemacht habe. Ihr sucht euch die Bilder aus, die ihr verwenden könnt und dann schauen wir, was wir letztendlich machen. Und genau das habe ich gemacht. Und witzigerweise haben ausgemacht waren 20 Bilder plus ein kurzes Video. Beim Video, da brauchen wir nicht drüber sprechen, das war mein erster Versuch praktisch oder beziehungsweise mein erstes Editing, dass da irgendwann nochmal was zurückkommt. Das ist fast logisch. Dann habe ich noch ein paar Tweaks gemacht und dann war das Video auch in Ordnung. Das sind Dinge, die man im Moment rechnet. Und erstaunlicherweise habe ich von 20 Bildern auf 50 aufgestockt und letztendlich haben sie sich 34 Bilder ausgesucht. Heißt also mehr Bilder, als ursprünglich ausgemacht waren. Und irgendwie hat sich das Ganze nicht so schlüssig angehört für mich. Dementsprechend habe ich dann eine neue Rechnung geschrieben für die Bilder, die sie sich letztendlich ausgesucht haben. Und konnte so dann den Auftrag tatsächlich abschließen. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich nicht mehr mit diesem Kunden zusammenarbeiten möchte, weil es einfach sehr viel Aufwand ist. Ich habe über zweieinhalb Monate kein Pfennig Geld gesehen und habe da mehr Zeit reingesteckt, als ursprünglich gedacht und geplant. Und dementsprechend halt auch einfach weniger verdient, obwohl ich eigentlich das bekommen habe, was ich kriegen sollte. Also passt da ein bisschen auf, plant lieber ein bisschen mehr. Seid ein bisschen teurer, damit ihr Kunden, die den Preis drücken wollen, gleich am Anfang ein bisschen abschreckt. Günstige Kunden sind anstrengende Kunden. Also, achtet da ein bisschen drauf. Seid ein bisschen vorsichtig und habt lieber ein bisschen Puffer, falls ihr mal auf Kunden trefft, die spät zahlen, gar nicht zahlen oder eure Zeit für unsinnige Nachverhandlungen und Versuche preiszudrücken verschwinden wollen. Also, das ist so mein Dings. Ich liebe meinen Job. Ich liebe es jeden Tag. Und ich möchte einfach nur, wenn ihr da draußen auch in irgendeiner Situation drüber nachdenkt, euch selbstständig zu machen, dass ihr das im Auge behaltet. Dass ihr Bürozeiten habt, die eure Fotozeiten bei weitem übersteigen. Dass ihr Kunden haben könnt, die nicht zufrieden sind mit euren Bildern, egal wie gut ihr fotografiert. Dass ihr auf Kunden trefft, die nicht im Zahlungszeitraum bleiben und dass ihr auf andere Widrigkeiten stoßen könnt, mit denen ihr am Anfang nicht unbedingt rechnet. Aber wenn ihr Bock darauf habt, wenn ihr passioniert seid und wenn ihr auch ein bisschen Geschäftssinn im Hinterkopf habt, dann ist das genau das Richtige. Und ich habe unglaublich viel Spaß, neue Kunden kennenzulernen, mit tollen Kunden zusammenzuarbeiten und das werde ich auch in Zukunft immer weitermachen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich musste mal so ein bisschen Tacheles und Fustreden machen. Es tut natürlich auch immer gut, dass man einfach das, was man in sich trägt, ein bisschen rauslassen kann. Und jetzt ist es von mir für euch als Erfahrung hier im Internet. Und ich hoffe, ihr könnt das so nutzen und euren eigenen Erfahrungen machen. Wenn ihr auch selbstständig seid oder auch schon mal schlechte Erfahrungen mit Kunden gemacht habt, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Mich würde es sehr interessieren, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Liked das Video, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns nächste Woche, Dienstag wieder, auf ein neues Video. Bis dahin wünsche ich euch gutes Licht und guten Wind. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und tschüss. Das Hemd ist viel zu eng. Ich habe Freitag Surftraining gemacht mit Kindern und da sind meine Brustmuskeln noch so aufgepumpt, deswegen ist das Hemd zu eng. Ich habe Freitag Surftraining gemacht mit Kindern